Hallo, heute werde ich mal was über den Flug lernen, was man da so braucht. Hola, heute vamos a aprender lo que se necesita en el avion, cuando se viaja. Empezamos, los geht's. Flugticket. Ticket. Passaportes, Reisepass. No tienen que ser Passaportes rojos y negros, también pueden ser de otros colores. Es müssen nicht unbedingt rote und schwarze sein, es können auch andere Reisepässe sein. Valicha, Koffer. Dann ab ins Flugzeug. Los. Ahora llegamos a Miami. Jetzt sind wir in Miami angekommen. Wir erwarten euch in den anderen Videos von Sprachen lernen mit Otto. Los esperamos en los otros Videos de aprender idiomas con Otto. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.